so maus aus dem bild so willkommen zurück ihr lieben ja bei einem graf partnummer 13 müsste es sein glaube ich ja so überblick giftgrotter haben jetzt auch piratenbucht bibberberg big boost nicht bubs sondern buß wo die grotte lava und was wuppi wabawüste ich glaube im keller sind wir fertig also wir hätten noch die die wasser stage von bowser genau glaube jetzt ist hier der keller bowser dran ich glaube ich habe jetzt mal die facecam angemacht falls ich mal wieder mein kontrolle einfach also von daher alles gut da genau von da kam so bowser jetzt gibt es erstmal ich glaube bevor wir mit der bevor wir auf der browser wird irgendwas machen können müssen wir glaube ich das u-boot von dem erst mal wegkriegen ja einmal musst du hier rein und erst danach kommst endere bausers u-boot der level ist auch hier in dem level sind alle 100 münzen schwer ach quatsch durch sie müssen schon der aufnahme du kannst ruhig starten ich versuche mich zu konzentrieren also gut gut egal ja willst du danach gleich den bowser machen oder willst du dann immer das level hier komplett durchrottet ich guck mal wie es gerade passt wie ich gerade bock habe ich glaube das hasse ich wenn du hier die 8 roten münzen holst gute nacht ach quatsch du eier der nervige kacke jo psscht schneiden wir raus das schneiden wir raus mit meinem controller nein oh gott das gibt es könnt joh easy super ja und da verschwindet die band nach hinten so aber ich glaube wir müssen jetzt eh erstmal glaube ich browser besiegen damit das u-boot wegkommt ne das u-boot ist jetzt weg ok oder öffne die truhen ja das kriegen wir noch hin ach le manta ist jetzt auch kochen mario lass dich nicht von den fischen fressen sonst schläfst du bei den fischen und nicht vom strudel einsaugen den bin ich nämlich immer natürlich der graf muss natürlich schockierende erkenntnis auf jeden fall das falsche kisten hirn geht durch mark und bein guck ihn dir an da oben lauert da 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 lauert ey wollt ihr mich verarschen also wenn jetzt nicht bald eine münze kommt dann bin ich ganz schnell am arsch 9 oh tatsächlich luft oh super boah der anna macht's knapp boah bleib da high muss ich die münze tun alle neu einsammeln wenn ich falsch abnehmen ne ne das wäre glaube ich zu assig meine nicht ja hab natürlich hallo hi ah zum glück ist der nicht aggro boah die muschel aber durch die muschel geglitscht ja hey mario du hast eine steuerung ey wie so ein trabi ich hab nie in meinem leben ein trabi gefahren also an alle trabi fahrer sorry nicht so die letzte kiste ist direkt am strudel was ja oh oh ich glaube da wird es jetzt nochmal richtig spannend leute direkt am strudel ja Gott ja zum glück ist der strudel nicht ganz so hallo 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 ja ich mein der mario kann ja dagegen noch anschwimmen weißt du wenn wir jetzt bei sowas wie dark souls werden dann wärst du schon tausend Mal tot einmal im soo drin ist over schwimmen ein stecken weg von dem strudel mario ernsthaft du bist manchmal echt wie ein link natürlich kuscheln doch mit dem hai und natürlich nach unten in der wand natürlich ja natürlich durch ersticken weißt du also wie können wir den graf ärgern guck leider schon prädikte diese drecksradde so machen wir gleich weiter doch das ist tatsächlich nicht kraft auf die geilsten hoops na gut dann ist es halt so zeit klein Uiuiui Abgemessen Warte mal, gibt's hier auch 8 rote München? Ja, das gibt's ja auch noch Bist schon vorbei Ja, dann halt noch mal zurück Und jetzt Nee, war's schon richtig? Bloß Du musst da ganz nach hinten Genau Uiui Okay Schönes Ding Keine Ahnung, wie ich das geschafft hab, aber Hauptsache Ich will aber noch mal runter Ja, also die, die du gesehen hast Unterm Fahrstuhl, da musst du den Erdkopf lassen Wieder Yo, 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 yo Alter, dieses Scheißnetz Weißt, ich hab so'n schönen Start hingelegt Alter, ich wollt grad noch sagen Ey, die sind, die, die Maps hab ich drauf Aber pfff Arschlecken, weißt du Oh Mann, ey Weißt du, immer wenn ich mir denke So, yo, jetzt haust du aber mal den dicken Mogu raus Dann Dann passiert sowas Ja Macht's nochmal spannend Einer geht Mario hier Am seidenen Faden Nein Nein Wieso Das hast du ernst gemeint, ne Mit den, mit den Leben verbraten und so Ja, ich mach hier keine leeren Drogen Ja, ich mach Alter, da kriegst du doch Plack, ey Schwester, da kriegst du Algen am Arsch Algen am Arsch Ich verstecke mein Heul hinter einem Lachen Och nee 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 Nein Also, äh Es ist kein Wasser Oh, der hat gerollert Oh ja, der hat Volumen gehabt Den hast du in der Speizröre gespürt Da war Bier mit bei Pssst, ich war Apfelschorne Luna Immerhin Also jetzt kannst du verrecken, das Leben hast du Och man Weißt du, vielleicht mit dem Weitsprung jetzt geklappt Du hast so gut gestartet, ne Und dann wurde es irgendwie immer schlechter Ja, und dann Irgendwie die ganze Zeit Och nee, ey Was ist der Scheiß, der da Ist doch Scheiß Scheiß, Spieleentwickler, die kriegen gar nichts in Nein Nein Och Mario Der war auch gut Ist mir egal, Hauptsache ich kriege jetzt die Münze und Werde mich verrecken Soweit, so gut Verpiss dich, du fickner Bombs Ball Und du bist net doch ne liebes Gute Nein Nicht wieder unten Ach das netz, alter Dreck Das Glas net kaputt gegangen, super Meine Fresse, jetzt reicht's aber auch mal Mann Schneid mal raus Ja, komm, wir schneid den ganzen Scheiß raus Wir machen jetzt Shadow Ninja Let's Plays Ihr dürft wieder sehen, wie wir drauf sind Ihr dürft wieder sehen, was wir spielen Wir dürfen noch nicht immer euch irgendwas sagen, ey Scheiß Mario, schwörst du, ich kack dir in deine Lasagne, ey Aber fett, ey Und knall die Bitch vor deinen Augen So richtig schön mit nem Stahlball Und du musst zugucken Nachdem du's gerettet hast Das ist ne Strafe Ich lasse vom Yoshi fressen Und du musst aus deinem Magen raus Mist Sau Dreckiger Oh, du scheiß Bummsbum Knutschknugel, ey Verpiss dich, du Arschkeks Du hast keine Freunde Was raste da aus der Graf Meine Fresse Da kriegst du doch, ey, Krämpfe, ey Pickel am Arsch Da kriegst du nicht nur Pickel am Arsch Das sind richtige Das sind richtige Tüsten, ey Oh, Mario Nein Da, nein Ja, doch so Schlägt bis jetzt Ganz gut, ey Radar, aber Moment, ganz ruhig Okay, ja So, das andere ist hier unten Musst du einmal durchflutschen Oh, Mario, du kriegst auch gar nichts hin Und jetzt wieder runter, du Knallfrosch Boah 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 Du fassig, du treckige Ratte Du elendes Goomba, ey Ich tritt dir in den Arsch, ey So, plattgemacht und fertig Du knalliges Fatschenfier, ey Du bist doch so ein Nippelsalat Entschuldigung, da muss man manchmal einfach Seinen flüchenfreien Lauf lassen Frag mich bitte Ja Boah Ich hab keine Ahnung Mal, das hast du gut gemacht Du kriegst nur ein Kackhaufen in die Lasagne Ah ja Ansonsten gibt's Sprengsprühwurst In den Gesicht Sprengsprühwurst Aber das Lachs wieder muss ich so denken Ähm, die nächsten jetzt Plays werden übrigens wieder alleine gemacht vom Slachs Heute hat er echt keinen Bock mehr auf mich Oh Mario, ernsthaft? Überall Was? Ich sag, ist doch schön, so ein kleiner Rage mal zwischendurch Ei, oh, 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 nein Nein, nein, ach Mann Ah Ich hab's kaum gesehen Alter Ja, oder vielleicht dann doch lieber erstmal die Waffe Nee Nee Ich wollte jetzt richtig Der Bus kommt auf, wenn der Bus kommt Oh, jetzt lässt er Ja Ja Interessante Taktik Bisschen Mut ist gut fürs Blut Super, so geht's auch Merkt recht, wie er sich künftet Alter, mach ruhig so Und das mit der beste Part So Verpiss dich, du Bulli-Bumms-Knutschkugel, ey Das ist ne Liebeskugel von Yoshi, ey Alter, du musst dir diesen Part angucken, ey Der wird, der wird Legende Ja Vor allem, siehst du Hat jetzt die ganze Zeit die Zunge so rausgestreckt So So, wie viel habe ich dann jetzt? Vier Habe ich irgendwas? Nee, ich hab nichts vergessen, ne? Nein, ich hab alles geholt Ach Gott, hey Müde oder ich bin nicht am verkacken Nee, nee, müde, generell, Sonntag, immer müde Ja, Sonntag ist Immer Du Mist, auch ein elendes Knallvieh Ups, Kugel für Yoshi Auf jeden Fall Ah, solange ich da hochnet muss, ey Oh, nett ans Netz Nicht ans Netz Nee, weil du da eben gestorben bist Oh, was du mal Okay, so geht's auch Oh, oh Wieso? Eiskalt ignorieren Na, das Leben kannst du dir nie Arsch Bleib ich da runter? Nee, ne? Nee, du musst da hoch Nee Ich hab keine Lust mehr Mario, ich versteck mich unter der Mütze und fühl mich männlich Wenn du das machst, musst du noch kurz nach vorne, nach vorne Ist mir egal Ich hab diese Kack Oh Gott, oh Gott, oh Gott Du behält deine, deine Feuerblähungen für dich Scheiß auf den Junge Ich hab keine Ahnung, ist mir egal Münzen So Äh, das ist mir egal Oh Gott Oh, was ist eine Landung Das wäre jetzt kein Stift in der Hose hatte Er weiß ja auch nicht Die Schlange guckt schon, zeigt schon's Köpfchen Oh, so Schwein Man kann ja nicht immer nur Man kann ja nicht immer nur die Cold Brownies kriegen Ja, den Mario mach ich Jetzt muss ich auch noch da hoch Haha Ohne abzustürzen Warte mal, das ist zum Mario, okay Äh Nicht von hier aus Geh unter dem anderen auf Genau da Da hast du noch ein Falki da Und kannst links und rechts Oh Gott Oh, er hat's Frag's In der Frage ist nicht Wir nehmen's einfach mal so an, wie's ist Bist du da doch aus So, Bowser Du Eidechse Du hässliches, fettes Rindvieh Wenn du unbedingt mit jemand kämpfst Saget zu Luigi Ich nehm die Peach mit Und die bläst mir die Eier Yo, 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 yo Nein, nein Alter, Mario Ernsthaft Du Mist Sag dir Ich bin Bose Du dreckiger Lappen, ey Erster Versuch, ja oder nein Mit voll Karaho aber, ne Okay Voll Karaho Wie lass ich den los mit B, ne Keine Ahnung Alter, das Ding hat so viel Control auf dem Gewissen Und Bam Schluck meine Eier, du Fotzenvieh Ah, der ist schön in den Mund gekotzt Richtig Pfff Bam Ah, schluck das Ah, schön in den Mund geschissen, ey Diese Drecksau Den Schlüssel genommen und bis in Anschl- Bis zum Anschlag in den Arsch geschoben und rumgedreht Schlüssel zu meinem Herzen Schreibe raus Ah Diese Mist-Sau Alter Und dann noch, alter Noch nicht mal 50 Münzen mit dem Leben, ey Man hätte ja freundlich sein können Arschkeks, ey Solche cooler Kekse mit Blinker, ey Die kannst du nachts um die Ecke essen Springe zu den Roten, ey Das wird so Hass Ja Wie lange sind wir denn schon wieder? 20 Minuten am Aufnehmen Da hast du doch schon keinen Bock mehr So, ich nehme mir jetzt so viel Münzen mit, wie es geht Und guck, was abgeht Und wenn ich's verkacke, dann kannst du das Lacksy machen Danke Da hab ich kein Mitleid jetzt Alter, manter Rochen Ich schwörst dir Und lass deine dünnische Regie bei dir Anna ist wieder fertig Oh, Mario Du bist unter Wasser Echt Wie die Oma auf dem Rollador bei der Formel 1 Pedel sie dann Echt slow Alter, wenn ich so ein Opa wäre, ey Glaub nicht Ich fette es erstmal mit so einem Rollador Schnell den Berg runter Und lass mich dann Auffangen Wenn dann so ein Junge kommt Alles in Ordnung, Alter Boah, das war geil Dann auffangen von so einem LKW Ja, auf jeden Fall Obba an der Windschutzscheibe Klebt ihr auch am Leibe Ach nein So, die Münzen brauche ich Vorsicht vor dem Plumpsklo auf Doom Bei Head & Time gibt es das ja wirklich Ein kleines Mädchen Weil es ein weit gewordenes Plumpsklo Spoiler für 2020 Oh, der war schön So Oh, Mario, was war das denn? Komm, mach mal die Haare vom Loch weg Und dann passt er schon Alter, Kamera, du bist echt übel, ey Ich mach's langsam So leichte Zuckungen hat er ja schon Dann Mario Ja, der Mario hat doch ganz andere Zuckungen Als ich mit dem fertig bin, dann hat er nicht nur Leichte Zuckungen, ey Dann hat er rote Backen Mit dem Koch Löffel und mit einem Heppichklopfer Kriegt er auf den Arsch Von der Peach Spoiler für die Leute, die mich gerne Ragen sehen Chanté Eine Pirates Cursed Letzter Part 22. Dezember Bin ich auch am Äh, den letzten zwei Parts bin ich auch am Ragen Lass mich raten Die haben jetzt keine Münzen Es war so Ey Nein, 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 nein Mario musst du doch in den sauren Apfel beißen Ei, 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 ei Alter, ich nehme aber wirklich jede scheiß Muschel mit Ja, so eine Koopaschelle Nee, sorry Koopaschelle Ja, da gibt's auch gleich von mir eine Koopaschelle Richtig schön für den Mario mit dem Koopapanzer ins Gesicht Dass er da reinpasst Aber vorher breche ich ihm die Beine Mehr Münzen hat's hier unten nicht Ich weiß es nicht Keine Ahnung, aber Ich bin jetzt außerhalb von Gefahr Aha, da sind ja noch welche Aha Keine Ahnung, warum der jetzt so ein bisschen nach hinten Das Loch saugt dich auch Was? Nein, 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 nein Oh Mann Alter Schneid mal raus Ey, da schneide ich den Scheißdreck raus Da schneide ich die Arschlache vom Bowser, ey Mit nem Brenner Oh Mann, so ein Mist-Sau Oh, wer kann denn Alter, ich hab doch Keine Ahnung Hättest du mal was sagen können, dass das Ding mich einsaucht Nicht, wenn ich schon im Sog bin, ey Alter Boah Ey Nee Jetzt weiß ich, warum ich da die Münzen nie hole Macht Sinn So, Leute Das wär jetzt so gemein Nee, die hole ich noch Ist mir scheißegal, wenn es ein Stundenpart wird Ui, ui, ui Alter, da platzt jetzt Ei, ey Sprücher von den roten Münzen So, direkt runter Und Wie war das bei den Dickfigures? Du weißt schon, dass du alle mit der Sprungtaste über den Abgrund springen musst Ach echt? Mein Ziel ist es eigentlich, diesen roten Bastard ständig sterben zu sehen Ich möchte den ersten Level mit 99 Leben in jedem Abgrund springen und sagen, stirb man, stirb Spiel verfehlt Spielfaktor mal 100 Alter, was geht denn hier ab? Ist voll die SM-Welle, die will ich überall in irgendwelche Löcher saugen Oh Nicht so nah auf den Strom Ist mir egal So Der ist ein paar aus dem Dick Das war mit Mario hat so viel Schiss gehabt, dass er richtig schöne Sprengsprühwurst hatte Sprengsprühwurst Und es gab ihm einen kleinen Turbo Der Mario hat jetzt Schiss Der macht es jetzt richtig Turbo Schiss Auf jeden Fall Er wieder Alter, dieser Haie, ey Die Peach ist nicht hier Hier gibt's nix zu essen Ich kann's den Gumma da oben fressen Oder den Glotz-Motz-Fisch Keine Ahnung, was für ein Vieh das ist Gubbel, gubbel Auf jeden Fall eine Missgeburt der Natur Aber wesentlich schneller jetzt durchgekommen hier Ist mir egal, ich will es jetzt hinter mich bringen Alter Der Frust sitzt Der Frust, ey, da kriegst du Den Frust musst du einfach ignorieren Dann passt das schon Was kann denn passieren In meinem Gehirn so ein kleiner Tumor Ich bin der Tumor, Tumor, Tumor Ich bin der Tumor, 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 Tumor Ich bin der Tumor, 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 Tumor Ich glaube, solange du nicht zu weit hoch schwimmst Ich nehme da so viele Münzen mit, wie es geht Kreuz und Querspielen Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Ich weiß dir mal, wenn du diese Münze nicht kriegst, dann schiebe ich dir eine glühende Büroklammer in ein Pissloch rein. So, hier unten gibt es aber jetzt keine Münze mehr. Ja, doch, die 8. Wo? Wo? Sag, sag wo? Mach es mal auf. Wo? Da. Okay, Ring. Gut. Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen aggressiv bin. Aber ich kann es nicht mehr. Dieser scheiß Wichs-Vario, ich hole gleich Vario, ey. Er weiß wenig, wie er mit der Peach umzugehen hat. Geknallt und ins Gesicht gerülpst, wenn er sich nochmal von Bowser kidnappen lässt. Weißt du, Mario, manchmal musst du die Peach einfach wie eine Peach behandeln. In Ketten, ab in den Keller. Herd und Waschkisch, super. Mehr braucht ihr alle nicht. Man kann sie auch nicht von Bowser gekidnappt werden. Mario, ich hab deine Prinzessin. Nein, hast du nicht. Hier ist der Schlüssel, du Arsch. Nimm sie mit. Kann aber halten. Sousa. Auf jeden Fall. Und dann lässt du ihn noch nicht mal ran. Weißt du, ey. Wandelst du es nur in irgendwelchen Pilz? Warum habe ich jetzt den Schalter betätigt? Ah, war schon richtig. Warum muss er hinten hin? Ich weiß. Aber ich brauche noch Münzen. Alles da oben. Echt, so viele Münzen. Wir haben gerade mal 55. Ich habe ja gesagt, der Level hier ist ein bisschen sportlich mit Münzen. Da gibt es nochmal eine schöne Kiste mit blauen Münzen. Die darfst du ja nicht verkacken. Da hinten ist die Schachtel. Alle Schachtel. Was? Die Frage ist, wo gibt es sie so? Wo sind die blauen Münzen? Wo tauchen sie auf? Auf derselben Plattform. Gut. Mario, du Arschkeks. Du Trümpel. Du Trümpel, 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 Vogel, Mogel, Trogel. Was weiß ich. Ist mir egal. Du bist echt so ein... Oh, Mann, ey. Du bist echt ein Fan von Harry Schwanz und Fotzenpotter. Steck dich mit Professor Snake in einen Raum und mach's Licht aus. Einfach umhälst du dich nicht fest, du. Esel, ey. Oh, Mann, du bist doch echt so ein Yoshi. Du Esel. Ein grüner Klostein. Äh. Ich kauf mir extra einen roten Klostein. Jetzt noch den Mario. Und dann... platziere ich den immer da so schön, dass da immer so schön Kackreste hängenbleiben. Kackste schön drauf. Auf jeden Fall. Hm. Der goldbraune Schiss. Kamera. Was? Oh. Du Futsi, Kutsi, Mochi. Keine Ahnung, wer die Kamera gemacht hat, aber... Du gehörst dafür geschlagen. Lang gezogen, den Riemen und ausgepeitscht. Tipp, bring nachher. Oh, ja, ja. Oh, Moment. Scheiße, ich dachte, es hätte klappen können. Das war mein Fehler. Oh, Mann, weg vom Tor. Weg vom Tor. Weg vom... Alter, Mario, was soll das? Ey, ernsthaft. Hoffe ich komm die wieder, ey. Nett, dass die für immer kaputt sind. Das wär geil. Er, er fickt dich, ey. Hilf mir, er geil. Was weißt du? Drecksack. Ihr wollt mich schon nur leiden sehen. Ihr wollt mich alle nur leiden sehen. Ich wette mit dir... Natürlich nicht. Nein, überhaupt nicht. Seid ja alle umar. Niemand will nicht sein. Mario ist dann... Alles für den guten Konten. Ja, auf jeden Fall. Aufgrund von meiner Gesundheit, ey. Platz mir echt ne Ader. Und zwar die an der Rosette. Halt dich doch fest, du arschfickender Bastard. Och, Mann, ey. Du bist doch so ein knarzener Popperzenprinz. Oh, Mann. Oh, das gibt's nicht. Ach, Mann. Alter, du verfickter Waldförster Ficker. Bleib doch da oben! Alter, wir springen da gleich rein und verdrächtig. Ja, du bist am Heulen, weißt du? Nein. Dieser Part kriegt von mir einen Titel. Elende Drecksau heißt das Ding. So, Mario. Wenn du es jetzt nicht schaffst, dann müsste so ein Ferkelficker... Alter. Halt dich bloß fest! Ey! So, jetzt kommt die Stunde. Ah, der Wahrheit! Wenn ich da eine Münze verkacke, dann war's das auch. Oh. Hä? 93... 45... Ähm... Ja. Ich krieg das mit den 100 Münzen hin. Ich weiß aber auch, wo der... Ich weiß aber auch, wo der Münzenstern landet. Könnte dir ja noch einen Tipp geben, wo es noch genau 5 Münzen... Hau raus, hau raus, hau raus, wo? Ich bin wieder zurück zum Hai. Wie? Nicht da rein, nicht da rein, nicht da rein, nicht da rein, nicht da rein. Zurück zum Hai. Recht. Zum Hai? Ja, zum Hai. Warte mal, warte mal, da muss ich irgendwie hier runter. Da. Da. Warum gibt's ja noch 5 Münzen? Ja, weil es richtig Asi-Münzen sind. Boah, diese Säcke. Mario! Los! Wenn du jetzt mir noch verreckst, dann... Alter, wenn ich jetzt noch verrecke, bevor ich diese Münzen kriege, äh, diese Sterne kriege, ich schwör's dir, dann müssen wir uns morgen nochmal treffen, weil dann ist es vorbei. Dann geh ich raus und bastel mir ein Mario aus Holz. So, und jetzt komplett hoch an die Wasseroberfläche. Ah, da, stimmt, ich weiß es. Rochen, hau ab! Verpestig! Sonst ersteche ich dich mit einem... Ja, stimmt, da war was, hier. Irgendwo. Hier, irgendwo am Geländer. Lass mich raten, in der Raum haben sie es rausgenommen. Ähm, hier sind keine Münzen. Och. Da sind sie. Och. Wenigstens ein Stern gekriegt, ey. Sorry für dich, Überlänge. Haha, guter Part. Richtig weit gekommen. Das war doch eine schöne Folge, oder? Halt deinen Maul. Du holst noch die acht roten und dann passt... Plus dein Maul. Ich hab dich gern, das weiß es, Lachsi. Aber jetzt... Alles gut. Jetzt mich bitte nicht mehr auf diesen Part ansprechen. Oh, der wird verbannt. Komm, mit Pläne. Ich wirst dir, der Arsch ist Dusterluft. Ja, 70 Power-Sterne, komm. Haben wir jetzt einfach mal doppelt, dann haben wir 140 und dann... Hi, wenn du mich jetzt anknabberst, dann knabber ich zurück. Das wäre doch eigentlich auch mal eine Maßnahme, ey. Wenn da so ein Hai kommt und nicht anbeißt, beiißt du einfach zurück. Immer machen. Damit rechnen die Fische überhaupt nicht. Oder wenn Hund dich beißt oder so, beißt ihm einfach zurück in die... Schnauze, nimmst du ein Stück Nase mit oder so. Richtig schon rausgerissen. Ich wette mit dir, der weiß nie wieder ein Mensch. Also, brüchst du. Wir haben ja Hundelieb, ne? So ist das nicht. In der Pfanne. Schön gehört. Ein Backofen mit 300 Grad gebratener Maul. Ne, wenn dann lieber Mario. Richtig schön mit dem eigenen Arschwasser begossen. Paprika und Salz dran. Und dabei 450 Grad auf höchster Stufe im Backofen. Drei Stunden gegart. Kommt Freude auf. Und dann an Yoshi und Peach verfüttern. Wo ist denn der Mario-Hünder? Den hast du grad gegessen. Ich hab keine Ahnung, wo ich lang muss. Ah, da, okay. War schon richtig. Alter, da kriegst du Krampf im Finger. Boah, gicht. Gicht. Zeigefinger tut mir gerade so weh, weil ich gerade so verkrampft diesen Controller halte. So, wo muss ich denn lang? Geradeaus. Ah, gut. Und dann nochmal geradeaus. Das wird nochmal, also die letzten beiden werden richtig asisch. Ich muss Freiluftsprünge machen. Das krieg ich hin. Das ist genug. Jetzt packe ich mal den Skill aus. Ja, genau. Hol raus den Skill. Auf jeden Fall. Zack, auf den Tisch legen. Die kleinen Lümmel. Du kannst doch immer schön auf die Schatten achten von diesen Standen. Dann weißt du, wie du... Nein! Alter, Mario, ey. Oh, dann weißt du, ey. Nase aufgehalten, Nase noch langgezogen und richtig schön braun reingeschissen. Direkt ins Hirn. Kriegsgesellschaft. Ist wahrscheinlich mehr im Hirn als vorher. Alter! Alles mal angerammelt hier. Ich hab die Uhr nicht im Blick. Nein! Ja, wir sind eh schon drei Stunden drüber. Ist jetzt auch egal, auch fünf Minuten. Also, wenn ihr irgendwelche Power-Speedrunner seid und sowas nicht anbietet, angucken könnt, dann könnt ihr mir mal getrost die schwitzige Eichen lutschen. Und guckt euch einen Speedrunner an. Wenn ihr das gerade feiert, dann seid ihr böse und trotzdem gehen die Grüße raus. Achte auf den Schatten! Beziehungsweise auf die Position. Der Sprung hier ist richtig krebsig. Da musst du auf den richtigen Moment warten. Ja. Genau. Ah, zum Rasen! Nein! Nein! Oh, der große Ofen! Nein! Gewinne hoch! Oh Gott! Oh! Das sind aber auch Schweine, ne? Alter. Boah. Diese. Ey, das sind doch so pro Perzenprinze von Annalistar, ey. Boah. Mario, bitte. Komm schon. Ich überrede auch die Daisy zum Dreier mit der Peach für dich. Wenn du es nicht schaffst, dann gibt es einen Dreier mit Bowser. Bowser und Yoshi. Und der Mario ist dann die gefesselte kleine Bitch. Alter, so ein asozialer Level. Wir kriegen... Alter. Ich hab jetzt mal ganz kurz auf den Stoppie gelinst. 50 Minuten. Ja, gut. Viel Filmlänge hier. Wollen wir mit dem mal als Premiere machen? Können wir mit dem noch chatten. Ich glaub, das wird ultra lustig. Ich weiß nur nicht, ob ich das will. Oh, was machst du denn? Ist egal. Hauptsache, der... Hauptsache, der hängt an der Stange. Ja! 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 Nett bewegen jetzt. Nett bewegen. Und nicht runterfallen lassen. Nicht runterfallen lassen. Denk an den Sauger da unten. Ist mir egal. Achso! Boah! Kling in irgendein Eck. Warte, 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 warte. Ja, stimmt. Ja, und weg, und weg, und weg, und weg. Hauptsache... Das wär's jetzt gewesen, ne? Stern kommt raus und noch weggesaugt. Boah, ey, dann... Das wär der super. Dann wär ich aus dem Fenster gesprungen. Eisgeil. Aus dem Zune-Fenster. Ja, natürlich. So, wo ist der... Warte mal, wo ist der Stern? Ja, du musst'n noch mal holen. Boah! Alter! Und ich will nachher noch Ritter der Abendrunde aufnehmen. Ich hab' vergessen. Nervenkostüm ist unten. Ja, wir wollen Uno spielen. Also, also entweder nehmen wir auf, oder wir spielen. Auf jeden Fall spiel' mir Uno! Alter, ich will gar nicht wissen, was da abgeht, wenn mir da jemand so'n Fünfer-Kartenpack oder so gibt. Den spuck ich durchs Mikrofon, durchs Internet an. Lass' dann so'n paar Speichelbrocken aus dem Kopfhörer rauskommen. Wenn's Lachs hier irgendwann nix mehr hört, ist das meine Schuld! Er hat... Leute, er hat... Drei Kreuze in Adventskarten. Ja, tatsächlich. Weiter ohne speichern und dann ausmachen. Oh, Leute, haut rein. Macht's gut, tschüss. Tschüss. Oh, meine Droppe. Huh.